Ein freundliches Hallo zurück in der großen Stadt, Kackstadt am Stiesel. Das hier ist der Stiesel. Ja, viel ist ja nicht mehr zu tun. Wir haben in der Zwischenzeit, nachdem wir so massenweise Zeug ausgegeben haben, hier wieder gesammelt. Das kriegen wir eh nicht. Wir sparen hier immer noch auf diverse Dinge. Und die Steuersätze, genau. Ich mache mittlerweile so viel Plus, dass wir mal gucken können, was passiert. Wenn wir jetzt die Steuersätze allesamt runter setzen. Ich bin mal mutig und verringere sie mal um zwei Punkte. Da haben wir ja nichts. Knapp 13.000 Ausgaben für Bildung. Das wird jetzt weniger. Aber dafür müsste eigentlich der Bedarf dann jetzt steigen. Oh, das wird gerade arg weniger. Das geht gerade richtig in den Keller hier. Der Bedarf ist immer noch niedrig. Jo, und jetzt haben wir ein Minus. Verdammt. Und immer noch ein... Och, jetzt geht er böse ins Minus jetzt. Immer noch ein niedriger Bedarf. Schade eigentlich. Meine Hoffnung war ja, dass bei niedrigeren Steuern der Bedarf hier in die Höhe schießt. Jetzt machen wir aber, glaube ich, ganz dringend mal, wenn ich das sehe, mit den ganzen Toten hier. Vielleicht noch mal ein Friedhof. Oh, und Krematorien. Jetzt kein Platz mehr. So eine neue Ecke für Krematorien machen. Hm, gehen wir da nochmal hin. So, hier gibt es erstmal einen Friedhof. Gefälle zu steil. Scheiße. Und ein paar Krematorien nebendran. So, die kriegen ja was ja von da. Ja. So. Niedrige Steuern und immer noch niedriger Bedarf. Das ist sehr ärgerlich. Jetzt können wir uns hier aber mal ein bisschen um die Toten kümmern. Hm. Ja, irgendwie muss es mir mal gelingen, diese Stadt attraktiver zu machen. Das geht natürlich, indem ich hier Grünanlagen baue. Wie wäre es denn hier nochmal mit einem Tennisplatz? Das freut doch die Leute. Gerade hier in den Maplewood Hills ist Tennis ja eine gute Idee. Machen wir mal ruhig etwas größere Tennisanlagen hier. Oh, der da bitte. Na, das ist ja ganz doof hier. Ach du Scheiße, das ist ja auch ein Megawerk. Super heftig Tennisanlagen hier hinten. Für mehr Spaß in den Maplewood Hills. Jetzt macht es ja gerade überall klong, 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 klong. Die Leute sind gerade ganz glücklich. Mein Minus wird wieder ein bisschen weniger. Und die Leute bauen sich hier aus. Der Bedarf ist immer noch niedrig. Aber die Qualität steigert sich. Und ich glaube, so wie es hier hinten aussieht, bauen wir denen hier auch nochmal einen Friedhof hin. Ach, wie soll sie sich freuen jetzt. So. So. Die Leute beschweren sich über den Krachgut. Das ist ja auch laut in der Stadt. Aber, ach Gott, wie viel Tode hier. Wie sieht es denn jetzt aus hier mit den Kapazität der Krematorien reicht. Die Kapazität der Friedhöfe reicht eigentlich auch. Dann müssen die das jetzt einfach mal ein bisschen aufräumen. So, mein Minus wird wieder geringer. Langsam gleichen wir uns wieder aus. Da wir hier genug Geld haben, ist das immer noch nicht so schlimm, dass das mal kurz runtergegangen ist. Aber das will hier immer noch nicht steigen. Der Bedarf ist immer noch niedrig. Das ist sehr schade. So, es wird zu Tag. Hier hinten sehe ich gerade, das ist alles ein bisschen sehr gefährdet. Hm, Schätze. Da brauchst du jetzt mal Feuerwehr und Polizei. Dann sind die hier hinten nämlich auch ein bisschen sicherer. Gerade hier ist es ja nicht falsch, ne? Der Bedarf ist niedrig, ist mir aber egal. Ich habe hier trotzdem mal ein bisschen Commerz rein. Das passt hier nämlich super dazu. Das passt hier auch noch dazwischen. Was soll denn hier auch sonst sein? So, machen wir mal ehrlich. So. Hier kann jetzt im Grunde genommen eigentlich das hier weg. Dann machen wir jetzt eigentlich auch mal das hier erst nochmal weg. Dann nehme ich jetzt hier überall erst mal das hier dazwischen ploppen. Und den brauchst du eigentlich jetzt auch nicht mehr. So. Jetzt müssen die das natürlich bebauen, damit hier mein Stromnetz wieder dicht wird. Wobei hier ist ja und der ist auch eigentlich dran, ne? Ja, das passt wunderbar. Guck mal ab. Ist doch alles schon geschiss gut. Wasser haben wir natürlich keins. Hier machen wir das mal ändern. Hier machen wir auch nochmal einen. Wunderbar. 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 dieser ist ja auch gerade noch nicht gebaut. So. So, und hier habe ich irgendwie warum auch immer eine Ecke vergessen. So, es geht auch immer noch so ein bisschen hier um den Rohstoffabbau. Den müssten wir eigentlich hier hinten machen. Naja. Ein Gebäude steht in Flammen. Oh, nö. Ist eigentlich die Straße zu? Ach, hier. Ist ja auch süß hier. Mein, wie putzig. Ja, aber die sind doch da und löschen. So, alles gut. So. So, jetzt haben wir hier einen Riesenberg. Wo wir hier schon überall ringsrum dranhängen. Hier auch. Und immer noch kein Bedarf. Wir machen aber mittlerweile wieder Plus, trotz Steuersenkung. Es ist nicht viel, aber es ist Plus. Das wird weniger, das nur nicht. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob diese Wasserpumpen hier noch gut sind. Ich würde eigentlich ganz gerne... Jetzt habe ich halt ja hier hinten auch wieder. Ich glaube, ich werde mal, weil hier hinten ist das eigentlich ziemlich gut. Ja, die machen schon so ein bisschen Dreck. Der Hafen nicht so, aber... Ich werde jetzt hier mal ganz viel Wasserpumpen bauen. Und das Ding werde ich dann mal, glaube ich, ausschalten. Dann ist hier jetzt gerade mal nichts mehr mit Unabhängigkeit. So, jetzt habe ich da die ganzen Pumpen gebaut. Jetzt werde ich hier mal hingehen. Und werde die hier alle abschalten. Jetzt habe ich das Gefühl habe, dass sie mir langsam zu viel Dreckwasser hier in die Rohre pumpen. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass das Wasser reicht. Die Wasserverfügbarkeit ist gering. Aber gut, wir haben hier eigentlich ordentlich was hingeballert. Ja, siehst du, wie ich das Ding mache. Hier nehme ich schon irgendwie Dreck. Also wir lassen hier diesen Strand mal so ein bisschen sauber. Und versauen uns dann lieber da hinten hier. Hier ist sowieso alles schon versaut. So. Sie werden dieses Gebäude abreißen. Ja. Die haue ich jetzt weg, weil die hier nämlich einfach keinen Sinn machen. So. Äh. Gut. Hoppla So dickerweise kann man bei diesem Spiel raustappen Das ist ganz Ich habe gerade eben aus Versehen Zu weit hier rüber gewandert Beide auf eine Kamera Und Bin dann nebendran Auf meinem Zweitbildschirm gerade Irgendwie auf das Symbol für Dingens gekommen Bist ja auch schon wieder voll Ja und da habe ich doch jetzt eben aus Versehen In meinem rechten Bildschirm Dieses Klassische Startmenü geöffnet und dann habe ich Mein Outacity nicht mehr gesehen Das ist natürlich doof Aber ich habe gerade mal nebendran Habe doch wieder zurückgeschaltet und keiner hat es gemerkt Meistens kacken dabei Nämlich die Spiele und die Aufnahmen ab Aber der ist ja einfach stur weitergelaufen Das finde ich sehr lobenswert So hier mache ich mal ne Verbindung Und hier müsste jetzt eigentlich noch mal ein bisschen Park hier dazwischen So Ein bisschen mal so ein bisschen Ein bisschen abzugrenzen hier Ich würde hier eigentlich ganz gerne Bäume pflanzen Damit das hier so ein bisschen wegkommt Und da war Um Müll 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 Das zieht sich zwar jetzt hier auch in Ekelhaften Dreckstreifen hier lang Aber auch bling 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 Macht sie überall So Jetzt wird langsam auch mal wieder nach Wohnungen gefragt Haben wir jetzt hier nur leider mittlerweile nirgendwo mehr so richtig Platz Hier den Wald wollte ich lassen Hier näher Richtung Flughafen ist auch doof Können hier natürlich versuchen Irgendwie am Hang lang Henneberg noch ein wenig zu Vergrößern Es ist gerade wieder Nacht Und ich sehe einfach nichts So Guck mal hier kommen wir noch schön den Berg hoch Guck mal hier 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 Sehr hübsch das. Ja, ja, sehr nett. So, hier werden wir dann jetzt auch wieder so ein bisschen Willengegend produzieren. Zack, zack, zack. Henneberg ist ja schließlich schon so ein bisschen auch ein Luxusgebiet, ne? Zumindest ist das so angedacht. Irgendwas macht Klong. So. 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 So.